Spürst du diesen Duft von Freiheit in der Luft? Alles, was du suchst, ist auf einmal so nah. Kennst du diese Hoffnung auf alles, was da noch kommt? Schon im nächsten Augenblick ist nichts, wie es war. Doch das ist für die Ewigkeit, am Ende meiner Lebenszeit, kann ich sagen, ja. Ich habe gelebt, habe gelebt, habe gelebt. Und auch wenn mir nur wenig Zeit mit Sonnenschein statt Regen bleibt, kann ich sagen, ja, ich habe es gesehen, habe es gesehen, habe es gesehen. Die Wett, sie hält so viel für mich bereit, dass ich ihr Liebeslied erschreibe. Ich habe mein Team noch nicht erreicht, hoch, hoch. Auf einmal fällt mir fliegen wie der Leichtsteig auf den Hügelspreiz. Die Flügel, die Flügel und bin frei, und bin frei. Es geht hoch, höher als die Wolken. Das ist alles, was ich wollte, lass mich jetzt nicht los. Jetzt geht's los, das ist meine Zeit, denn nun bin ich bereit. Es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch. Hörst du diesen Klang, der dir von Anfang an mehr geht, als das allerschönste Wort dieser Welt? Und kennst du diesen Sandberg? Strand genannt dort am Meer. Wenn die Welle friecht, dann gibt es nichts, was mich hält. Denn das hier ist Unendlichkeit. Ich danke meiner Menschlichkeit. So kann ich sagen, ja, ich habe gelebt. Habe gelebt, habe gelebt, und wieder einmal rennt die Zeit. Doch auch wenn der Moment nicht bleibt, kann ich sagen, ja, ich habe es gesehen, habe es gesehen, habe es gesehen. Die Welt, sie hält so viel für mich bereit, dass ich ihr Liebeslied erschreib. Ich hab mein Team noch nicht erreicht. Hoch, hoch, auf einmal fett, mir fliegen wieder leicht. Steig auf den Hügelspreiz, die Flügel, die Flügel. Und bin frei, und bin frei. Es geht hoch, höher als die Wolken. Das ist alles, was ich wollte. Lass mich jetzt nicht los. Jetzt geht's los. Das ist meine Zeit, denn nur bin ich bereit. Es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch. Das ist meine Zeit, ich gehe hoch, es geht hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag die Leute, ich bin der N.E.Y.A. und mal wieder ist es soweit und ihr sollt voten! Ich kann mich eigentlich nur so wie in meinem letzten Beitrag bei dem Contest wiederholen, denn votet für den, der euch gefällt. Ich habe mir natürlich auch Mühe gegeben und es wäre wirklich schön, wenn man dafür auch ein bisschen belohnt wird und ich vielleicht mal hier ein Stückchen näher komme. Und vielleicht sollte ich da ein bisschen ehrgeiziger rangehen, aber ich sage mir, entweder die Leute mögen es oder sie mögen es nicht und deswegen sage ich, votet für den, der euch gefällt. Und ich denke mal, viele haben sowieso schon ihre Favoriten und deswegen votet für den, der euch gefällt. So, auf Wiedersehen!